So, der Schilling meldet sich zurück mit ein wenig Hazard Ops. Diesmal PvE, der Modus heißt Assault Ops und das ist wohl, ich habe jetzt ein paar Modi mir angesehen, da muss man so eine Kampagne spielen und die dürfte nicht sehr einfach sein. Wir haben es da, also ich habe das versucht, ich habe immer einen Raum eröffnet, zwei Leute, drei Leute, aber wenn man da nicht die volle Besetzung ist, also fünf für Assault Ops auf Big Damn oder so, dann kann das sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr böse enden und die haben auch gerade erst angefangen, das ist gut. Nein, verdammte Lotte, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich einen Quit. Ich wollte im Prinzip mir noch, ich habe extra so viele Silver Bullets angespart, dass man hier rechts oben diese Tokens bekommt, wie kann der in der ersten Runde sterben? Also die erste Runde ist ja echt mal richtig einfach. Ich wollte mir eben jetzt diese Silver Bullets aufmachen für die Tokens. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich einen Quit, aber hat man davon irgendwas Negatives? So, ich kann auch hier mal zusehen bei den anderen. Ich weiß es im Prinzip nicht, ich sehe mir mal die Leute an, wenn das Gute sind, dann bleibe ich, wenn nicht, dann werde ich gehen. Also die untersten drei sieht man vom Rang her schon, sind jetzt nicht so der Burn, aber der ist gestorben. Wie kann denn das sein, obwohl der einen höheren Rang hat? Denn das Problem ist, wenn ich dann sterbe und keinen von diesen 1-Up-Tokens da habe, dann, ja, muss ich rausgehen. Oder ich kann hoffen, dass mich jemand anderer belebt mit seinem Token, mit so einer Gruppenbelebung. Das geht auch, aber ob das jemand machen wird, das weiß ich nicht. Naja, jetzt bin ich in der Runde dabei. Ich sehe es mir einfach mal an. Und dann wird sich schon herausstellen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Gleich mal hier ein Teil mitnehmen. Und es gibt auch ein paar egoistische Leute, die packen da irgendwie drei ein, nehmen für sich selbst drei von diesen Teilen und lassen den anderen nichts. Das ist natürlich auch nicht so spitzenmäßig. Aber ich habe ein bisschen was dazugelernt. Einerseits das Nachladen, dass man immer in diesem speziellen Bereich trifft. Dann hat man nämlich irgendwie die Leroy Jenkins Munition. Die ist ziemlich krass. Dann versuche ich auch häufiger Headshots zu landen. Denn dadurch sterben die Gegner gleich. Ansonsten, selbst die Gegner können die anderen wiederbeleben. Und das ist ziemlich krass. Was macht der? Junge, noch nie was von Schwerkraft gehört. Alter Falter. Und ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß, ich war in den ersten Videos noch nicht so gut. Bin es jetzt auch noch nicht. Aber wenigstens kenne ich jetzt so zumindest ein paar Basics. Das mit dem Nachladen und so weiter. Aber ich war jetzt einige Tage in Amsterdam. Ah, wieder nicht geschafft. Einige Tage in Amsterdam. Und das hat vermutlich keiner gemerkt, weil die Videos einfach vorproduziert waren. Und da wollte ich noch einiges von Hazard, was habe ich hier rechts oben? Rookie 2014. So, da wollte ich eben noch einiges von Hazard Ops bringen. Und ja, deshalb hatte ich da jetzt nicht so extrem viel Zeit, mir alles ganz genau anzusehen und zu üben ein bisschen und so weiter und so fort. Aber, ja, da muss man eben Prioritäten setzen. Das ist jetzt meine Zweitwaffe. Oder wie das hier heißt, Sidearm. Die lädt so lange nach, da hat man auch einen größeren Spielraum für dieses spezielle Nachladen. So, der darf auch sterben. Aber mit der Waffe trifft man auf Distanz nicht so gut. Und deshalb muss ich mich da ein bisschen näher zu den Gegnern heranwagen. Hier kann man mal eine Granate hinwerfen. So. Ja, aber das Timing war grandios. Das war zwar gar nicht so eingeplant, weil diese Reise schon länger gebucht war. Wir waren in Amsterdam, genau als die Niederlande gegen Costa Rica gespielt und gewonnen haben. So, ja, das war grandios. Und wenn man da genau in der Stadt ist und dort ein Public Viewing besucht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Das Beste war ja, als in der EM war das, glaube ich. Nein, der darf nicht sterben. Belebe den doch. Alter, hau doch ab. So, als in der EM damals Griechenland im Finale war, war ich auch in Griechenland. Auch eher zufällig. Aber, als die dann gewonnen haben, alter Falter, auf der Straße ging es ab. Also, da hat man nicht schlafen können. Da ging die Luzi aber sowas von ab. So. Ja, ich hoffe, das schaffen wir. Ich meine, es sieht ganz gut aus bisher. Aber ich habe festgestellt, da zählt echt jeder Mann. Das ist genauso ausgelegt, wenn da jetzt fünf Leute stehen. Maximum muss man auch fünf dabei haben. Zumindest später. So, hier schnappe ich mir auch eines. Das sollte reichen. Ja, Amsterdam ansonsten einfach eine richtig feine Stadt. Ich besitze ja eine Spiegelreflexkamera. Und habe dort, keine Ahnung, wie viele hunderte Fotos gemacht. So, 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 Fotos, 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 Fotos. Wieder ein größter Tourist irgendwie. Aber, ja. Hat auf... Oh, das hasse ich, dieser Rauch. Mann. Nerv noch mehr. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und war ein... Oh, war ein schönes Erlebnis. Rauch, gehst du mal weg. Das wäre schön. Wenn man das übrigens fehlt, dann dauert das Nachladen irgendwie zwei Bazillionen Jahre. Das ist auch recht nervig. So, bei denen mit dem fetten Schild vielleicht mal eine Granate werfen. So, genau. Jetzt habe ich das auch verstanden. Also, die Leute leveln sich wohl hier erstmal so richtig hoch. Und dann wagen sie erst PvP-Duelle. Deshalb sind auch in den Deathmatch-Modi und so immer nur Level 30er oder keine Ahnung was. Ja. So, und die, die... Mh... Eine Bootstour hatten wir. Aber das war ja nicht so eine, wo 50 Leute reinpassen. Sondern was gemütliches. Da waren sieben, acht Leute. Und so ein... Ein Guide. Aber der Guide, der war einfach genial. Der war super komisch. Dann fahren wir unter einer Brücke durch. Und der redet irgendwie dann so über die Drogen in Amsterdam. Und genau unter der Brücke... Do you want something? Do you want something? I have something. Very good. Und dann, als wir von der Brücke draußen waren. Also, man muss dabei gewesen sein. Es war eine ziemlich coole Reise, muss ich sagen. Ja, hat sich gelohnt. Und niemand hat gemerkt, dass ich weg war. Juhay! Alles vorproduziert, das war aber, muss ich sagen. Ein richtiger Stress. Denn vor allem am Wochenende, beziehungsweise drei Tage davor noch, war ich auch weg. Sprich, ich habe irgendwie in zwei Tagen für fünf Tage Videos gemacht. Und das war Augenringe, kein Schlaf und keine Ahnung was. Oder für sechs Tage habe ich. Ja, für die Tage nämlich auch. Das war heftig. Vor allem, das bei den meisten klingt das so einfach. Ja, da setze ich mich hin. Nehme ich mal 30.000 Videos auf. Aber nö. Ich muss ja vor allem bei den MMORPGs und so, bei den Browser Games, immer dazwischen... Also, ich muss. Ich, ich, ja. Es ist für mich kein Muss. Alter, gibt mir da auch mal jemand Rückendeckung. Was ist denn da los mit euch? Oha. So, darf man sich doch nicht so auf das Team verlassen. Und wieso nehmen die das alle nicht? Die werden dann richtige Probleme bekommen. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin mir sicher, bei der nächsten Mission failen wir dann. Bei der nächsten Stage. Aber naja. So, ja. Ich kann mich da nicht so hinsetzen. Und einfach mal 35... Ah, jetzt hat mich der abgelenkt. Und einfach mal 35.000 Folgen aufnehmen. Bei meiner Art von Spielen. Der lebt noch. Hallo. Danke. Geht das nicht? Maximal vielleicht bei Hazard Ops. Aber da hat man ja gesehen, was dann dabei rauskommt, wenn ich so planlos... Boah. Aber das hat keinen Damage angerichtet, obwohl ich irgendwie genau getroffen wurde. So. Es gibt zwei... Das nimmt sich einfach niemand. Doch, der. Zwei heikle Stages. Bei der Mission würde ich sagen. Und eine davon ist jetzt die hier. Und dann eine mit einem Roboter-Boss. So, Moment. Das ist meine Lieblingsstelle. Nein, da will ich. Aber jetzt sind alle hier drüben. Das ist auch nicht so gut. So. Denn das Problem ist, hier kann man nicht wirklich sneaken. Hat nur diese Plattform. Und die Gegner kommen... Ja. Die sind nämlich die gefährlichen. Wenigstens habe ich das Nachladen diesmal geschafft. Aber für die ist eine MG schon ganz praktisch. Das Problem ist hier... Also es gibt praktisch drei Seiten, kann man sagen. Und es sollte immer ein Spieler eine Seite übernehmen. Aber wie sagt man das bei Randoms? Wie teilt man sich... Oh. Und wenn ich immer getroffen werde, dann heile ich mich nicht. Ja, das ist richtig nervig. Oh. Heil dich. Heil dich, du. Das ist da. Bitte heil dich. Bitte heil dich. Bitte heil dich. Bitte heil dich. Heil dich schneller. Ah, ja. So. Den müsst ihr platt machen. Der macht fetten Damage, Alter. So. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Und die ist auch nicht nachgeladen. Oh. Das war mein Fehler. Verdammt. So. Ihr könnt mich doch alle mal. Wieso bin ich der Einzige, der so fett down geht? Oh. Ich habe kein Revive-Token. Nein. Ich bin komplett tot. Alter. Es lungern einfach mal hier. Was machen die zu dritt hier? Und auf der anderen Seite ist kein Einziger. Ach, Leute. Und ich habe jetzt kein Revive-Token. Ja. Das habe ich versemmelt. Keine Ahnung. Ich habe die... Ich war der Tank. Ich habe die Agro von allen Gegnern gepullt. Ich kann jetzt nichts machen. Ich habe leider kein Token. Wie man hier rechts sehen kann. Na gut. Es war ein Versuch. Der Robert chillt noch kurz sein Leben. Oder? Was macht der? Chillt ein bisschen. Ja. Wir hätten es sowieso bestimmt nicht ganz geschafft. Weil das wird dann noch ziemlich hart. Aber die eine Stage, wie gesagt, die ist heikel. Und wenn da das Teamwork nicht passt, dann hat man Probleme. Na gut. Dann gehe ich mal hier raus. Leider, leider. Aber vielleicht kann ich mir jetzt fürs nächste Mal diese Silver Bullets holen. Warum bin genau nur ich gestorben? Die anderen, die AFK einfach dort. Ich hätte nicht so aggressiv spielen dürfen. Sondern einfach im Hintergrund halten. Ja, ihr macht das schon. Jemand anderen sterben lassen. So. Und zwar gibt es hier. Wo sind sie? Die Silver Bullets habe ich jetzt sieben Stück. Die verwendet man. Das sind so wie bei manchen Games. So Kapseln. Oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und da kann ich jetzt. Bada boom. Yes. Hier wäre ein Token gewesen. Nein. Dann hätte ich mich beleben können. Mann. Ein Gun Torret. Die kann man irgendwie mit der Taste V oder so aufstellen. Aber die sind verbrauchbar. Ein Shirt für einen Tag. Vergleichbar mit Primark. Die hat man auch nur einen Tag an. Und schmeißt sie dann weg. Das ist eine Frechheit, finde ich. So. Und noch ein Token. Noch ein Token. Mann. Das ärgert mich. Und noch ein Token. Na gut. Vielleicht komme ich jetzt noch in den Raum hinein. Dann wird es im nächsten Video die Fortsetzung geben. Aber ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Ja. Und ansonsten geht es einfach beim nächsten Mal weiter. Ich nehme das. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.